Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading. In der heutigen Ausgabe sprechen wir über wichtige Makrodaten, wir sprechen über die Erzeugerpreise, die sich nun mal deutlich beschleunigt haben und wir analysieren die Indizes und den Bitcoin, der möglicherweise kurz vor einem großen Ausbruch steht. Wir beginnen das heutige Video mit einigen Grafiken und Makrodaten und schauen zuerst mal wieder auf Smart Money versus Dumb Money. Wir haben sehr hohe Geldflüsse jetzt wieder im Bereich der Kleinanleger, die kaufen sich voll rein in die aktuelle Marktsituation. Jeder Dip könnte man sagen wird gekauft, heute auch wieder die deutlich heißer reingekommene Erzeugerpreise haben den Markt kurz in die Knie gezwungen, aber die Märkte stehen jetzt schon wieder deutlich über den Tagestiefs, vor allen Dingen im Bereich dieser Zero DTE Optionen sehen wir immer höhere Geldflüsse. Kommen wir gleich noch dazu bei einer weiteren Grafik. Während wir bei den institutionellen Anlegern sehen, dass die Geldflüsse, die wir jetzt im Rahmen dieses kleinen Rücksetzers erlebt haben, jetzt bereits wieder abverkauft werden. Im Gegenteil, man hört jetzt immer mehr Stimmen, dass die institutionellen Anleger eben den Anleihenmarkt aktuell eben nahezu risikolose Renditen von bis zu 5% sehr attraktiv finden. Das heißt, das Lager zwischen Kleinanlegern und institutionellen Anlegern, das entzweit sich hier in dieser aktuellen Marktsituation immer mehr und da muss man auch ganz klar sagen, das birgt, wie wir gleich noch sehen werden, auch deutliche Risiken. Und Risiko ist das Stichwort, wir haben das mittelfristige Risikolevel vom Sentiment Trader, also die Gefahr für eine Korrektur jetzt wieder in den Bereich der Neuen getrieben, also in das Extremlevel von dieser Grafik. Innerhalb von wenigen Tagen muss man sagen, jetzt das zweite Mal, dass dieser Indikator bei Neuen steht. Und wir sehen oben im S&P 500, dass es der Markt eben nicht schafft und das wird heute so ein bisschen auch Thema werden in diesem Video, neue Verlaufshochs zu generieren. Und da muss ich auch ganz klar sagen, das Gefährlichste und das muss sich auch jeder bewusst machen, das Gefährlichste in der aktuellen Marktsituation wären hohe Geldflüsse und dann letzten Endes im Vergleich zu den Verlaufshochs, tiefere Hochs, im Endeffekt ein Doppeltop. Übergeordnet sehen wir oben, dass wir noch weit weg sind von der 200-Tage-Linie, die wir sogar im Jahr 2020, wo man ja wirklich sagen muss, da hat alles zusammengepasst, vor allen Dingen eben auch die Liquidität. Und selbst in diesem Jahr, wo wir einen der wahnsinnigsten Bull-Märkte erlebt haben, dann in der Folge haben wir die 200-Tage-Linie als Support backgetestet. Und ein Thema, was total Unspannendes aktuell und was den Markt derzeit auch nicht interessiert, wo wir aber durchaus mittelfristig unseren Blick drauf haben sollten, ist auf dem Bewertungslevel vom S&P 500. Insbesondere, wenn ihr euch daran erinnert, im Jahr 2020, 2021 übergeordnet, muss man ja eigentlich sagen, seit vielen Jahren galt das Mantra Tina, there is no alternative zu Aktien. Also du kannst es im Endeffekt nur mit Aktien Rendite erzielen und das sehen wir jetzt eben aktuell anders. Die weiße Linie hier im Chart ist die Bewertung des erwarteten KGV auf den S&P 500. Da sind wir jetzt aktuell wieder bei einem erwarteten KGV von 18, wo wir eben schauen müssen, ob die Earnings überhaupt, also die Gewinne der Unternehmen überhaupt halten können. Also wir sind durchaus übergeordnet, nicht günstig und im Angesicht einer möglichen wirtschaftlichen schwierigen Lage überhaupt nicht günstig. Das muss uns definitiv klar sein und die blaue Linie ist die Realverzinsung der 10-jährigen Staatsanleihe und anders als im Jahr 2020, wo die deutlich negativ war, sehen wir, dass wir aktuell positive Realverzinsung haben. Das mag für den Kleinanleger, der eben mit kleineren Summen hantiert, nicht unbedingt relevant sein. Der sieht natürlich aktuell das schnelle Geld vor allen Dingen am Optionsmarkt, aber seid euch sicher, die richtig großen Player am Markt, die große Summen bewegen, die schauen da definitiv drauf. Zusammengefasst kann man also sagen, wir haben einen Aktienmarkt, der alles andere als günstig ist, wir haben institutionelle Anleger, die mit durchaus guten Renditen am Anleihenmarkt eine gewisse Alternative sehen und wir haben einen Optionsmarkt, der völlig außer Kontrolle gerät. Nur Mouros McElliott bezeichnet ihn mittlerweile als Biest. Es geht um diese Zero-DTE-Optionen. In den letzten zwei Monaten waren mehr als eine von zwei Optionen auf den S&P 500 und auf den Nasdaq mit weniger als einem Tag zur Expiration, also eben diese Zero-DTEs, die am gleichen Tag noch verfallen. Und wenn wir die One-DTEs dazurechnen, also die Optionen, die am nächsten Tag verfallen, dann haben wir mehr als zwei Drittel des gesamten Optionsvolumens, was innerhalb, könnte man sagen, von 24 bis 36 Stunden seinen Verfall hat. Er sagt, bis jetzt verhält sich alles noch völlig in Ordnung oder mehr oder weniger, rather okay, mehr oder weniger in Ordnung. Aber die Zunahme von diesen Optionen wird ein Problem für den Markt, weil eben das Hedging von diesen Optionen so schwierig ist, denn die Market Maker müssen diese Optionen eben real abbilden, indem sie sich halt long hedgen und deswegen schiebt es den Markt aktuell auch so extrem nach oben. Das Problem ist eben, nach long ist das alles in Ordnung, aber haben wir bitte auf dem Zettel und wir schauen uns auch noch gleich an, wie die CTAs, also die Commodity Trading Advisors aktuell positioniert sind. Wir müssen berücksichtigen, dass dieses Spiel auch nach unten funktionieren wird, in die Short-Richtung und wir wissen, Short geht sowieso übergeordnet schneller. Und wenn man sich da vorstellt, dass sich das mit diesem Turbo, den wir aktuell zur Long-Seite sehen, nach unten beschleunigt, dann muss man das definitiv auf dem Zettel haben. Und jetzt schauen wir auf die CTAs, die Commodity Trading Advisors, trendbasierte und algorithmische Trading Systeme, die durchaus hohe Summen verwalten. Das muss uns völlig klar sein und die sind, könnte man sagen, auf Anschlag zur Long-Seite positioniert. Wir haben hier nur noch minimale Upside bis wirklich zwei Standardabweichungen zur Long-Seite erreicht, wenn wir hier in der blauen Grafik seht, oben eben dieser minimale Pfeil nach oben. Aber wir haben natürlich eine extreme Downside, eine extreme Fallhöhe, könnte man sagen, an dieser Stelle. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, dass wir auf die aktuelle Marktsituation eingehen. Wir haben derzeit ein bullisches Marktumfeld. Der Markt steigt, wir sind in einem Aufwärtstrend, aber wir müssen uns völlig im Klaren sein, dass dieses Optionsgeschäft erstens mal sehr, sehr gefährlich ist, wenn es sich zur Short-Seite ausspielen sollte oder wenn es sich eben beginnen würde, zur Short-Seite auszuspielen. Und dann muss man sich auch völlig im Klaren sein, dass hier gewaltiger Verkaufsdruck in den Markt reinkommen würde, wenn diese Algorithmen eben von dieser unglaublich Long-Positionierung auf die Short-Seite wechseln. Wir kommen zum Anleihenmarkt und da haben wir im gestrigen Video drüber gesprochen, als ich gesagt habe, dass die Bullen aktuell sozusagen darauf spekulieren, dass am Anleihenmarkt das Top drin ist und dass eben deshalb jegliche Rallye am Zinsmarkt temporär ist und deswegen vom Aktienmarkt derzeit nicht mehr ernst genommen wird. Und man muss sagen, man hat hier durchaus auch eine gewisse Veranlassung dazu, das zu glauben vom Aktienmarkt. Wir sehen hier den Move-Index, also den Volatilitätsindex auf die Anleihen. Und wir wissen ja, dass steigende Volatilität am Anleihenmarkt in der Regel dafür spricht, dass die Zinsen steigen. Aber wir sehen jetzt hier, dass gar nicht so große Aufregung aufkommt am Anleihenmarkt. Dieser Panikmodus am Anleihenmarkt, er kommt nicht auf. Wir sehen also, könnte man sagen, bloß eine milde Korrektur demnach bei den Anleihen. Und ich denke, das preist eben der Aktienmarkt derzeit ein. Keine Angst, dass die Anleihen nochmal in die Nähe der übergeordneten Hochs kommen. Und da muss man eben sagen, das ist eine heiße Wette. Die könnte auch aufgehen, diese Wette, weil wir wissen, die 10-jährige Staatsanleihe hat bei 3,9% einen wichtigen Widerstand. Aber der Marketeer fragt hier völlig zu Recht, wie würde die Sache aussehen, wenn die 10-jährige Staatsanleihe dort ausbricht, wenn sie sozusagen die magischen 4% angreifen würde. Was würde passieren, wenn sie im Zweifelsfall sogar nochmal über 4% steigt? Und dass im Anleihenmarkt nochmal so richtig Unruhe aufkommt, dieses Szenario dürfen wir auch nicht ausschließen. Wir haben heute FED-Sprecherin Mester gehört, der hat sie nochmal stark gemacht für einen 50-Basispunkte-Schritt bei der nächsten FED-Sitzung. Die jüngsten Daten hätten sie dazu veranlasst. Wir haben heute auch gesehen, schauen wir uns gleich beim Wirtschaftskalender an, dass die Erzeugerpreise deutlich heißer reingekommen sind. Wir haben gestern sehr heiße Einzelhandelsumsätze reinbekommen. Das müssen wir so ein bisschen auf dem Zettel haben. Die FED hat aktuell wenig Grund, an ihrer Geldpolitik etwas zu ändern. Sie hat sich nochmal dafür stark gemacht, dass es im Jahr 2023 keine Zinssenkungen geben wird. Und auch übergeordnet möchte sie den Zins bei deutlich über 5% sehen. Das heißt, wir haben es nach wie vor mit einer sehr hawkischen FED zu tun, die der Aktienmarkt aktuell völlig ignoriert. Was ihr hier in der Grafik noch eben seht, sind eben, dass sich die oder ist, dass sich die CPI-Indikation, also der CPI-Index in der Breite aktuell nach wie vor sehr stark beschleunigt. Und vor allen Dingen, wenn ihr ganz genau hinschaut auf der rechten Seite, dass wir hier von den Tops lediglich minimal zurückkommen aktuell. Was wir abschließend hier noch sehen, ist von der Citibank, der US Economic Surprise Index. Also man könnte sagen, wie positiv wird der Markt aktuell überrascht von Wirtschaftsdaten? Was könnte man sagen, ist von dem Thema Softlanding, was ist von dem Thema möglicherweise ja doch keine Rezession bereits eingepreist? Und da seht ihr, wie aggressiv der jetzt im Jahr 2023 angestiegen ist. Ja, wir werden positiv überrascht von Wirtschaftsdaten aktuell. Die Wirtschaft scheint deutlich robuster zu sein, als es der Markt befürchtet hat. Aber von dieser positiven Überraschung, wenn man so möchte, ist jetzt eben bereits eine ganze Menge auch in den Kursen eingepreist. Wir kommen zur Berichtssaison. Von gestern nachbörslich gab es unter anderem die Zahlen von Roku und Twilio. Beide Aktien heute 20% im Plus. Shopify leicht im Minus. Die Aktie schauen wir uns heute nochmal kurz bei den Live-Charts an, wie es jetzt hier entsprechend weitergehen kann. Da habe ich einige Anfragen bekommen. Heute vorbörslich die Zahlen von Crocs. Die Aktie ist seit vielen Wochen schon sehr stark unterwegs in einem sehr schönen Aufwärtstrend. Heute auch wieder mit knapp 10% im Plus. Nachbörslich gibt es heute noch unter anderem die Zahlen von DraftKings und Vale. Und morgen gehen wir dann aus der Woche unter anderem mit den Zahlen von John Deere. Wir kommen zum Wirtschaftskalender und über die Daten müssen wir definitiv sprechen. Wir haben die Erzeugerpreise heute bekommen und den Filifed-Herstellungsindex, der sehr wichtig ist. Und beide sind durchaus mit extremen Werten reinkommen. Die Erzeugerpreise haben sich nochmal deutlich stärker beschleunigt, als es der Markt antizipiert hat. Hier ging man von einer Prognose aus, in der Kernrate von 0,3% gemeldet wurden letzten Endes 0,5% und vor allen Dingen in der Breite ist es extrem. Da hatten wir im Vormonat ja schon Disinflation minus 0,2%. Hier wurden 0,4% prognostiziert. Gemeldet wurden letzten Endes tatsächlich nochmal eine Beschleunigung um ganze 0,7%. Also die Inflation bei den Erzeugern hat sich nochmal drastisch beschleunigt im Monat Januar. Und dabei ist der Filifed-Herstellungsindex so negativ reingekommen wie zuletzt im Corona-Crash mit minus 24,3 bei einer Prognose von minus 7,4. Und der gilt ja als Frühindikator für den so wichtigen ISM-Einkaufsmanager-Index im verarbeitenden Gewerbe. Man könnte das also zusammenfassen, die Wirtschaft scheint hier zumindest hinter den Kulissen schon stark abzukühlen, während sich die Inflation aktuell nochmal deutlich zu beschleunigen scheint. Und das Ganze bei einem weiter sehr festen Arbeitsmarkt. Wir haben nämlich nach wie vor unter 200.000 Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe mit 194.000 und damit auch wieder unter der Prognose. Wenn wir uns das Thema Sentiment anschauen, dann sehen wir, dass wir nach wie vor im Viren-Greed-Index im Bereich der Gier unterwegs sind mit 73. hat sich jetzt natürlich leicht abgekühlt. Wir haben ja minimale Gewinnmitnahmen heute beim S&P 500 und beim Nasdaq von knapp minus 0,5%. Gestern gab es die neue AA-II-Umfrage. Da sind wir bei 34,1% Bullen noch und 28,8% Bären. Das heißt, wir sehen ein bisschen weniger Bullen und ein bisschen weniger Bären als im historischen Durchschnitt. Aber dafür deutlich mehr neutrale Marktteilnehmer, die eben mit der aktuellen Marktsituation relativ wenig anfangen können. Und im extremen Gegensatz dazu steht die YouTube-Umfrage mit hervorragenden 1.074 Abstimmungen. 48% von euch, also fast jeder Zweite, ist aktuell Bärisch und nur jeder Vierte von euch ist aktuell Bullisch. Und jetzt schreibt mir mal in die Kommentare, warum bist du aktuell Bärisch auf den Markt und warum bist du derzeit Bullisch auf den Markt? Wir blicken auf das FedWatch Tool und ich finde, hier sieht man ganz gut auch diese Leichtfertigkeit, mit der der Aktienmarkt aktuell mit der momentanen Situation umgeht. Wenn wir uns vorstellen, dass wir im Jahr 2022 diese Daten bekommen hätten, die wir jetzt eben in den letzten drei Tagen gesehen haben, also etwas höhere Inflation, sehr heiße Einzelhandelsumsätze und dann eben heute vor allen Dingen diese deutlich höher reingekommenen Erzeugerpreise. Da wäre der Markt meines Erachtens letztes Jahr in sich zusammengefallen. Aktuell führt es noch nicht mal mehr dazu, dass nennenswert mehr Marktteilnehmer davon ausgehen, dass die Fed die Zinsen um 50 Basispunkte anhebt. Wir sehen nämlich, dass trotz dieser Woche dieser wichtigen Daten nach wie vor 85% der Marktteilnehmer an der Wall Street aktuell davon ausgehen, dass die Fed die Zinsen am 22. März lediglich um 25 Basispunkte anheben wird. Damit kommen wir zur Chartanalyse und wir beginnen mit der Verzinsung der 10-jährigen Staatsanleihen. Wir schauen uns hier den aktuellen Bereich an. Wir haben heute wieder ein leichtes Plus, 0,55%. Wir haben aber ein Intraday hochgesehen von 3,871%, also die Verzinsung der 10-jährigen Staatsanleihe. Sie ist hier schon in den wichtigen Widerstandsbereich reingekommen, den wir angesprochen hatten zuletzt. Wir waren auch deutlich über dem 88er Fibonacci des letzten Tops hier bei 3,9% und das müssen wir definitiv auf dem Zettel haben. Meines Erachtens könnte sich der Aktienmarkt wirklich noch stabil halten in diesem Bereich. Ich habe jetzt aber hier auch mal diese Harmonic eingezeichnet. Wir hätten natürlich hier schon eine wunderbare Welle A, Korrektur zur B, dann eben diesen Doppelboden auf der C und dann hast du eben sehr gerne hier auch, wenn sich das voll ausspielen sollte, wenn die Korrektur am Anleihenmarkt schärfer werden sollte, dann hast du hier eben gerne eine Welle D, die sich hier oben an 88er Fibonacci abholen könnte. Das wären nochmal Zinsen von 4,2% in etwa oder auch ein 78er Fibonacci, das wären nochmal Zinsen ca. von 4,1% übergeordnet. Kann man aber meines Erachtens sagen, wenn die Zinsen der 10-jährigen Staatsanleihe über 4% steigen sollen, dann warten hier oben die Bären. Und sehr spannend ist aktuell auch der US-Dollar-Index, der Dixie, der sich jetzt hier seit einigen Tagen an dem wichtigen Widerstand seitwärts bewegt. Und es ist auch wichtig, dass wir unsere Fibonacci-Levels auf dem Schirm haben. Wir kommen hier aus einem großen Abverkauf seit den 52 Wochen hoch im US-Dollar-Index, haben uns hier das tief gesucht. Das heißt, wir können hier unser Fibonacci abmessen und da sprechen wir jetzt auch schon seit einigen Tagen drüber, dass der sich hier am 23er Fibonacci-Widerstand sucht, eben wo du dann die größere Korrektur nach oben aktivieren würdest. Die Ziele wären dann 106 bis 107,8, eben hier das 38er bis zum 50er Fibonacci, hier auch die 200-Tage-Linie beachten. Das heißt, der US-Dollar-Index hätte dann durchaus hier zwischen 2, 4, möglicherweise, wenn es hier nochmal zu einem Ausbruch kommen sollte aus diesem Abwärtstrend, nochmal 6% Upside. Hier sollte sich dann der Aktienmarkt und vor allen Dingen der Kryptomarkt auch extrem erschrecken, meines Erachtens. Aber hier diesen Bereich zwischen 2 und 4% Upside halte ich hier jederzeit für denkbar. Und das wäre dann natürlich auch zusammen mit weiter steigenden Zinsen dann eben der Trigger für eine Korrektur am Aktien und vor allen Dingen auch am Kryptomarkt, der ja seit gestern wieder völlig entfesselt ist. Wir kommen zu den Natural Gas Futures und die schauen wir uns hier im aktuellen 4-Stunden-Chart an. Wir sind hier im Versuch einer Bodenbildung. Wir sehen auch eindeutig seit 3. Februar steigende Tiefs. Aber wir haben vor allen Dingen an der Oberseite wichtigen horizontalen Widerstand zwischen 2,60 und 2,64 und da verkauft der Markt den Gaspreis aktuell aggressiv ab. Hier ist es jetzt sehr, sehr wichtig. Kaufe Supports. Hier kannst du das wirklich trainieren, weil das ist ein sehr volatiler Markt. Der kommt auch immer wieder zurück zu den Supports. Hier kann man das wirklich gut üben. Kaufe Supports und verkaufe im Zweifelsfall Widerstände, wenn man hier kurzfristig unterwegs ist. Nur eins ist eben sehr, sehr wichtig an der aktuellen Situation. Lass dich nicht in diese Rallys reinziehen. Kaufe nicht am Widerstand. Sonst wirst du hier einfach in der Regel um 8 bis 10 Prozent nach unten abverkauft. Und das ist eben eine große Frustration. Das kann ich auch verstehen. Und was sehr, sehr wichtig ist, unter 2,40 Dollar, falls wir diese Bewegung bekommen und diesen Preis als Widerstand testen sollten, ist das Kursziel für den Gaspreis zu suchen. Hier unten im Bereich zwischen 2 Dollar und 2,10 Dollar. Ist ein sehr volatiler Markt, spannender Markt auf jeden Fall. Aktuell, wie gesagt, in einer möglichen Bodenbildungsphase, die vor allen Dingen, wenn man kurzfristig im Markt ist, respektiert werden sollte, indem man hier eben auf gar keinen Fall die Widerstände kauft. Wir kommen zu TLT, den ETF auf die langlaufenden US-Staatsanlagen. Das ist eben wichtig, dass wir aktuell nicht nur den Blick auf den Aktienmarkt haben, sondern auch auf den Anleihenmarkt, der ja bereits deutlich schärfer und vor allen Dingen auch bereits deutlich länger korrigiert, als es der Aktienmarkt tut. Hier bei TLT sind wir von den Tops bereits runtergekommen, 7% knapp und das ist durchaus ordentlich im Anleihenbereich. Heute auch ein Gap nach unten gesehen, nachdem wir jetzt eben seit gestern hier wieder diesen Abverkauf beschleunigen. Der Trendbruch hat stattgefunden. Wichtige Supports, die wir auf dem Zettel haben, sind hier die 100 US-Dollar. Da müssen wir ganz genau schauen. Hier würde dann vermutlich auch das Level angelaufen werden von 3,9, 3,95% bei der 10-jährigen Verzinsung der Staatsanleihe oder bei der Verzinsung der 10-jährigen Staatsanleihe, wenn wir hier drunter brechen, unter die 100 US-Dollar. Das wäre dann eben der Ausbruch bei den 10-jährigen über die 4% Bären-Territorium, wie wir es genannt haben vorher. Und das würden wir sehen, wenn eben der Anleihenmarkt, der TLT-ETF unter die 100 US-Dollar bricht. Hier müssen Preiselarme sitzen, aber auch im Bereich knapp über 100 US-Dollar, weil das durchaus auch für dieses Jahr, möglicherweise für nächstes Jahr, eine interessante Ergänzung, eine interessante Diversifikation fürs Depot sein kann. Und auch unsere Hochrisikoanleihen HYG sind weiter im Korrekturmodus, nachdem wir ja hier von der Trendlinie abgeprallt waren, die das Top im Juni, Mai, Juni 2022 markiert, die vor allen Dingen dann hier das Top im Rahmen der August-Rallye markiert und an der wir jetzt eben aktuell wieder abgeprallt sind. Und ich sage ja seit einigen Tagen, das wird hier spannend, wenn wir sehen, dass HYG an diese übergeordnete Aufwärts-Trendlinie ranläuft. Und das wäre heute fast zu weit gewesen. Wir hatten auch ein leichtes Gap nach unseren Testen, jetzt hier den Bereich von 74,40, 74,50, was zuvor Widerstand war, möglicherweise hier wieder als Widerstand. Und da müssen wir genau darauf achten, weil das ist eine wichtige horizontale Zone, wenn HYG da drüber springen sollte, deswegen Preiselarme bei 74,90, 75 US-Dollar. Dann haben wir ein Signal, dass wir zumindest nochmal in eine schärfere Gegenbewegung reinlaufen, dass auch die Aktienmärkte nochmal ein bisschen steigen können, könnten wir dann nochmal in diese übergeordnete Abwärts-Trendlinie ranlaufen. Wichtig ist aber auch, dass wir respektieren, falls wir hier einen massiven Breakdown erleben sollten bei HYG. Dann wird es Zeit, sehr vorsichtig zu werden, weil das deutet dann eben unter anderem auch zusammen mit Zinsen, wahrscheinlich dann im 10-jährigen Bereich über 4% und einem TLT ETF unter 100 US-Dollar eben eine schärfere Korrektur an. Währenddessen geht die Marktbreite im, würde ich mal sagen, neutralen Bereich seitwärts. Wir haben jetzt circa zwei Drittel der Aktien im S&P 500 über ihrer 50-Tage-Linie. Wir sehen ja auch, dass der S&P 500 seitwärts geht bei den circa 4100 Punkten. Wenn wir sehen, dass die deutlich unter zwei Drittel brechen, dass die korrigieren in Richtung 50%, ich weiß es sogar nochmal runter, in dem Bereich 33% nur noch Aktien über ihrer 50-Tage-Linie im S&P 500. Das deutet uns natürlich dann einen Bruch unter die 3.000 bzw. unter die 4.100 Punkte an eine Korrektur in Richtung 3.900 Punkte. Und wenn die Bullen nochmal einen echten, beherzten Angriff starten wollen auf neue übergeordnete Verlaufshochs, dann brauchen wir nochmal einen deutlichen Ausbruch bei der Marktbreite über 75% Aktien im S&P 500 über der jeweiligen 50-Tage-Linie. Wir kommen zum Volatilitäts-Index und man kann sagen, es wird weiter Angst aus dem Markt rausgesaugt. Wir hatten heute wieder einen Wix, der bei den 20% angeklopft hat und das muss man sich eben auch so ein bisschen vor Augen führen. Wir haben Märkte, die seitwärts gehen, die korrigieren, aber du hast übergeordnet eben keine steigende Volatilität. Und das liegt übergeordnet eben an diesen Zero-DTEs. Habt es bitte auf dem Schirm, dass die hier im Wix nicht auftauchen. Diese gesamten Optionsvolumen, die da abgewickelt werden, diese hochvolatilen, muss man ja sagen, Optionsvolumen, die tauchen nicht im Volatilitäts-Index auf. Deswegen muss man hier ein bisschen mit Vorsicht genießen. Was wir aber dennoch weiterhin sehen, ist, dass er aus diesem übergeordneten Abwärtstrend ausgebrochen ist und den jetzt hier seit zwei Tagen aus als Support testet. Und meines Erachtens ist diese horizontale Zone durchaus wichtig. Falls wir diese Bewegung bekommen, einen Wix, der nochmal unter diesen Abwärtstrend bricht, dann sehen wir meines Erachtens eine sehr aggressive sogenannte Melt-Up-Phase bei den Aktienmärkten. Also ein nahezu senkrechtes Nach-Oben-Schmelzen der Aktienkurse. Da müssen wir wirklich drauf aufpassen, vor allen Dingen die, die jetzt netto short sind im Markt, die sollten Preissalarme bei der Volatilität haben unter 18. Und wenn du siehst, der fällt hier runter, dann kann dir, dann können dir deine Short-Positionen wirklich buchstäblich um die Ohren fliegen. Aber natürlich sehen wir auch, dass der Wix sich jetzt hier übergeordnet Support abholt. Und wir wissen, jetzt Mitte Februar, Ende Februar, Anfang März haben wir übergeordnet eben eine Phase, in der der S&P 500 gerne korrigiert, während wir gerne eine Phase haben, in der der Volatilitäts-Index steigt. Und mein Primär-Szenario für eine Korrektur wäre ein Wix nochmal im Bereich von 25, hier würde er seine 200-Tage-Linie testen. Und ein S&P 500 bei ca. 3900, wo er seine 200-Tage-Linie als Support testen würde. Und damit kommen wir zum S&P 500 und den schauen wir uns hier im Tageschart an, im etwas größeren Zeitbereich zurück bis in den Juni 2022. Ich möchte einfach immer wieder darauf hinweisen, dass übergeordnet der Markt dieses aktuelle Level, wo wir seitwärts gehen und zwar in einer sehr ähnlichen Struktur, bereits kennt. Damals ging es nicht gut aus für den Aktienmarkt. Auch hier waren es heißere Inflationsdaten, die uns hier nochmal den Abverkauf beschert haben von 11%. Habt es bitte auf dem Zettel. Dieses aktuelle Level ist durchaus gefährlich. Wir haben hier lokal fallende Hochs, müssen wir bitte auf dem Zettel haben. Aber auch genauso solide und wichtig, habt mir hier diesen Support bei 4100 Punkte auf dem Zettel. Und kommt sehr gerne auf den Discord und wer 10x-Member, hier haben wir heute wieder darauf hingewiesen, dass falls dieses Level hier halten kann, vor allen Dingen hier die 20-Tage-Linie halten kann, kaufe Supports. Du bist hier am Support. Jetzt ist es schon wieder zu spät, meines Erachtens, weil du hier die Downside dir schon wieder anschauen musst bis in diesen Bereich, weil du müsstest, meines Erachtens, wer sich jetzt hier frisch einkauft im S&P 500, respektiere bitte die 4100 Punkte, das Level drunter und respektiere die 20-Tage-Linie als, meines Erachtens, Stop-Loss, denn die Downside ist durchaus gefährlich. Hier zumindest mal in dem Bereich der 50- bis 200-Tage-Linie, 3950- bis 3980 Punkte. Und wir haben hier wichtigen und multiplen Supporter, sprechen wir jetzt seit einigen Tagen drüber. Und ich gehe zum aktuellen Zeitpunkt auch davon aus, dass dieser Support hier halten wird, dass wir hier einen milden Dip im Zweifelsfall bekommen, der gekauft wird und wir dann im weiteren Verlauf nochmal ein fortsetzender Rallye auch sehen können. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann nicht einschätzen, welches Tempo und welche Gewalt eine mögliche Korrektur abbekommen würde oder aufnehmen würde, wenn dieses Optionsgeschäft sich zur Downside wirklich ausspielt und vor allen Dingen, ob hier irgendwo ein Preistrigger ist, dass eben diese Algorithmen dann in den Short-Modus wechseln. Und eins ist auch klar, wenn wir hier den Trendbruch erleben, wenn wir erleben, dass der S&P 500 nach einem Jahr Bärenmarkt und jetzt dieser hoffnungsvollen Rallye über die 200-Tage-Linie wieder drunter brechen sollte, weil das wird der Trigger spätestens für die Algorithmen. Wenn wir sehen, Breakdown unter die 200-Tage-Linie, Backtest als Widerstand, dann beschleunigt sich die Sache hier nochmal richtig und dann haben wir deutlich mehr Downside. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig aktuell, man kann hier bullisch sein auf den Markt, wir sind übergeordnet auch in einem Aufwärtstrend aus steigenden Hochs und steigenden Tiefs, keine Frage. Aber es ist sehr, sehr wichtig, dass wir auch das Risiko der aktuellen Marktsituation erkennen und eben am Support kaufen und das heißt hier im Bereich zwischen 4.100 und 4.090 Punkte ist der wichtige Support. Den kann man kaufen, solange er hält, sollte sich aber meines Erachtens unter der 20-Tage-Linie nochmal rausnehmen lassen, weil von hier du durchaus eine Downside hättest von 3% auf die 50 und 200-Tage-Linie und man sich hier meines Erachtens dafür entscheiden sollte. Wenn wir sehen, die 3.900 Punkte brechen, dann hat der Markt vom jetzigen Zeitpunkt deutlich mehr Downside. Dann kann es hier übergeordnet auch nochmal, wenn wir hier das große Fibonacci uns anschauen, wenn wir uns hier übergeordnet die Situation rausnehmen, dann kann er hier auch nochmal tief kommen in den Bereich des 78er und 88er. Fibonacci sich nochmal ein tiefes Retracement abholen zu den 52-Wochen-Tiefs und das wären durchaus Kurse von 3.640 bis 3.570. Haben wir das bitte auf dem Zettel. 4.100 Punkte ist aktuell ein Bollwerk der Bullen. Harter Support, aber wir sehen auch, allzu viel drüber geht es nicht. Also hier wird eine Entscheidung getroffen, die kann explosiv nach oben ausfallen, eben in die Kursziele, über die wir jetzt auch schon seit einigen Tagen sprechen. 4.300, möglicherweise sogar 4.350 Punkte. Hier ist die Gewinnmitnahmezone, die beginnt dann bei 4.200 Punkte, aber die Downside ist zumindest mal klar, dann bis 3.950 Punkte und darunter würde der Markt dann langsam aber sicher wieder anfangen, bärisch zu werden. Wir schauen auf den Nasdaq 100 und da wurde heute auch der Dip sehr rigoros gekauft, muss man sagen, wir hatten ein Tagestiefsupfer von knapp unter 12.500 Punkte, 12.458 Punkte, da hat der Markt zugegriffen. Wir haben hier gestern dieses Supplyline gebrochen nach oben, sind hier ausgebrochen aus diesem fallenden Hochs-Lokal, sehen aber derzeit, wir machen noch keine neuen höheren Hochs, haben aber heute diesen Ausbruch hier als Support getestet. Also der Nasdaq zeigt durchaus hier lokale Stärke, man kann es nicht anders sagen. Der wichtige Kern-Support, der liegt hier bei 12.200 Punkte, wenn er da drunter bricht, dann gibt es nochmal deutlich tiefere Kurse im Bereich zwischen 11.800, 11.700, sogar ein tiefes Retracement. Beim Nasdaq haben wir gestern drüber gesprochen in Richtung 11.000 Punkte, wäre nach wie vor ein bullischer Markt, da wir uns dann übergeordnet höhere Tiefs abholen. Und nach oben solltest du hier sehr vorsichtig sein, auch nicht meines Erachtens Rallys reinkaufen, sondern wenn dann hier Dips in den Bereich 12.300, 12.400 Punkte wie heute kaufen und dann sehen wir aber nach oben wichtige lokale Widerstände im Bereich 12.750, 12.800 Punkte, diese Zone aus dem lokalen 78er und 88er Fibonacci. Hier haben wir auch Tageshochs, die muss herausnehmen und das übergeordnete große Kursziel, dann muss ich aber auch sagen, das übergeordnete große Kursziel für diese gesamte Rallye aktuell, sehe ich derzeit bei 13.100 bis 13.300, möglicherweise ein Überschießen auf 13.600 Punkte in diesem Bereich, sollte dann aber wirklich jeder, vor allem der hier schon längere Zeit long ist, darüber nachdenken, wirklich Gewinne mitzunehmen, weil du hier oben dann wirklich wichtige Gewinn-Mitnahme-Zonen abholst und dann müssen wir uns eben auf eine Korrektur gefasst machen und bereits ein Dip zurück auf den wichtigen Ausbruch aus den 12.200 Punkte. Werft von diesem Zeitpunkt dann eine Korrektur von 10%. Wir kommen zum Hang Seng-Index, der ist durch seinen Aufwärtstrend gebrochen vor einigen Tagen, ist jetzt hier durchaus in einer schönen Korrektur, wunderbarer Abwärtstrend. Können wir uns direkt eine Supply Line einzeichnen und haben hier einen Trigger, wenn er hier ausbricht, der Hang Seng, dann könnte dieser Dip zumindest für einen Run aufs Doppeltop schon wieder vorbei sein, dann hätten wir vom aktuellen Zeitpunkt eine Upside von ca. 7%. Müssten dann oben natürlich vorsichtig sein Thema Doppeltop, wenn er sich hier dann ein höheres bzw. ein niedrigeres Hoch abholt bei maximal 22.500 Punkte, kann er natürlich danach nochmal in eine schärfere Korrektur gehen, übergeordnet dann auch unsere Kursziele noch abholen bei 19.7 bis 18.7. Hier ist die 200-Tage-Linie bei 19.7. Müssen wir dann schauen, aktuell, darüber hatte ich in den letzten Tagen gesprochen, holt er sich jetzt hier Support ab. Der kommt hier auf die 20- bzw. auf die 50-Tage-Linie sogar, ist hier Support, wichtiger gleitender Durchschnitt und vor allen Dingen hier auch das 23er Fibonacci aus der gesamten Rallye, also der chinesische Aktienmarkt will hier noch nicht in eine Korrektur, der Markt will nicht loslassen und deswegen ist das hier meines Erachtens jetzt auch die völlig falsche Zone für Short-Positionen, muss ich ganz klar sagen, wenn dann, schau dir diese Zone jetzt hier an, um die 20.860 Punkte, hier ist guter Support, wie wir jetzt seit einigen Tagen sehen und wenn wir sehen, dass der Hang Seng Index hier diese Supply Line bricht, möglicherweise sich dann außerhalb von dem Abwärtstrend nochmal eine Berührung hier abholt, dann ist er hier möglicherweise sogar bereit für eine schöne Rallye nach oben. Könnte man entweder nach oben spielen oder dann eben schauen, ob er sich hier oben Schwäche abholt, um dann hier einen deutlich schöneren Short-Einstieg zu finden. Hier nicht Short gehen am aktuellen Zeitpunkt, wenn er diese lokalen Tiefs rausnimmt und eben die 50-Tage-Linie rausnimmt, und das wäre ein Hang Seng, machen wir Preissalarme drauf, bei 20.600, dann hat er hier kurzfristig noch einmal circa 4-5% Downside auf die 19.700. Das könnte man dann eben bei einem Breakdown potenziell zur Short-Seite spielen, müsste aber immer diese Abwärtstrend-Linie auf dem Schirm haben und wann immer er die bricht, das muss dann Ausstieg sein aus der Short-Position, weil er eben ab diesem Zeitpunkt Potenzial nach oben hat, zumindest auf einen Doppeltop. Wir kommen zum DAX im Tageschart und er setzt sich hier oben in unserer wichtigen Zone fest zwischen dem 78er und dem 88er Fibonacci. Wir sehen jetzt auch lokal, und ich möchte hier mal mit euch gemeinsam reinzoomen in diese Box, weil das durchaus interessant ist und wichtig ist, was der DAX hier macht. Support auf der 20-Tage-Linie, sogenannte Tweezer-Low, also zwei Tageskerzen mit exakt den gleichen Tiefskursen, am Freitag den 10. und am Montag den 13. Am Montag dann hier der Test der 20-Tage-Linie und seitdem hast du wieder steigende Kurse im DAX. Aber auch, ganz wichtig, noch kein neues Verlauf. Ich habe mir hier mal ein Preisalarm oder ich setze mich hier mal ein Preisalarm drauf über dieses Verlaufshoch von 15.666 Punkten und ein Preisalarm sitzt hier bei 15.820 Punkten. Und wenn der aufschrillt, dann wissen wir, dass der DAX durch das 88er Fibonacci nach oben ausgebrochen ist und meines Erachtens hier an die All-Time-Heis ranläuft. Und da braucht man natürlich dann einen Preisalarm bei den wichtigen 16.300 Punkte und dann hätten wir möglicherweise im DAX ein neues All-Time-High. Ist auch sensationell. Man muss aber auch ganz klar dazu sagen, sämtliche Risiken, die den DAX im Jahr 2022 so extrem in die Knie gezwungen haben und die, wie wir ja wissen, nach wie vor auch vorhanden sind zum Großteil. Die sind jetzt hier zum jetzigen Zeitpunkt völlig ausgepreist. Wir kommen zum Bitcoin im Tageschart. Und ihr wisst, ich bin bullisch auf dem Kryptomarkt, aber ich hatte zuletzt hier, da bin ich auch völlig ehrlich, ich hatte zuletzt hier damit gerechnet, dass wir einen Impuls sehen, Support und dass er sich hier an diesem übergeordneten Trend, was zuvor Support war. Ich habe tatsächlich als Primärszenario damit gerechnet, dass wir uns hier Widerstand suchen und dass wir möglicherweise wirklich nochmal in einen Dip gehen in den Bereich der 20.000 US-Dollar. Und ich muss auch sagen, ich schließe das nach wie vor nicht aus. Das ist ganz wichtig. Wir sind aber jetzt, und das ist völlig klar, wir sind jetzt angekommen an dem vermutlich wichtigsten Schlüssellevel beim Bitcoin. Und dazu möchte ich ausnahmsweise mal mit euch in den Wochenchart schauen beim Bitcoin. Und wir schauen uns hier mal die große Struktur an. Ich nehme jetzt hier auch mal wirklich alle Zeichnungen raus beim Bitcoin. Und wir schauen uns jetzt gemeinsam das an, wie signifikant der Ausbruch wäre über 25.000 US-Dollar. Und ich lege jetzt hier lediglich mal eine horizontale Linie drauf auf die 25.000. und du siehst, was dieser Ausbruch bedeuten würde. Nicht nur, dass wir dann meines Erachtens bestätigen würden, dass hier unten definitiv zumindest ein mittelfristiger Boden gefunden wurde beim Bitcoin. Hab aber bitte auch auf dem Zettel. Das ist auch mal praktisch, dass wir hier im Wochenchart sind. Das war der Zyklus 2017. Dann kam hier die massive Korrektur. Dann gab es hier eine massive Rallye. Und das müssen wir auf dem Zettel haben. Hier ist der Bitcoin um 300% knapp angestiegen, nur um danach nochmal von dieser Zwischenrallye 75% zu verlieren. Und erst dann, das war der Corona-Crash, und erst dann hat der nächste Zyklus offiziell begonnen. Das heißt, wir müssen definitiv auf dem Zettel haben, dass wir hier jetzt in ein höheres Retracement reinlaufen, aber dann möglicherweise sogar nochmal von diesem Punkt sehr stark abverkaufen. Aber wir kommen zurück zu dem wichtigen Thema der 25.000 US-Dollar. Und insbesondere, wenn wir hier auf die linke Seite schauen, und es gibt hier nichts außer senkrecht rauf über den 25.000 und auf der linken Seite senkrecht runter signifikanter Ausbruch. Und die Retracements, wenn wir uns hier die gesamte Strecke zur Downside abmessen, dann sehen wir, dass vermutlich wichtiger Widerstand auf uns zukommen würde, wenn der Bitcoin hier ausbricht bei 28.200 US-Dollar, nämlich das 23er Fibonacci. Erst dann würden wir wirklich das Retracement aktivieren. Möglicherweise von hier dann eben der Backtest, den ich angesprochen hatte, wenn du dir dann von hier die 25.000 als Support abholst, dann wäre es meines Erachtens auch der Zeitpunkt gekommen, nachzukaufen. Und die Kursziele mittelfristig im Rahmen dieses potenziellen Retracements wären dann eben Ziele zwischen 36, 42 und hier die Golden Pocket. Erinnere dich mal ans gestrige Video, wo wir über den Nasdaq gesprochen haben, der sich ja im Jahr 2000 das 61er Fibonacci abgeholt hat, nur um danach komplett zu kollabieren. Das wären sogar nochmal Kurse beim Bitcoin jetzt im Rahmen einer möglichen größeren Erholungsrallye zwischen 48.000 und 50.000. Aber genauso wichtig ist auch, habe bitte auf dem Schirm, wie wichtig oder signifikant dieser Ausbruch ist. Und genauso hoch ist natürlich hier die Gegenwehr. Der Bären, das müssen wir auf dem Zettel haben, jetzt aktuell ist er genau bei 24.890. Wir brauchen jetzt hier einen deutlichen Impuls aus diesem Level nach oben. Das heißt, der Bitcoin müsste vom aktuellen Zeitpunkt nochmal ca. 14% steigen, um hier zumindest das 23er Fibonacci anzutesten und könnte sich dann eine Korrektur leisten von 12%, Level um 25.000 möglicherweise als Support testen, um dann diese Rallye zu zementieren und fortzusetzen. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung. Dort findest du die Möglichkeit, Mitglied zu werden bei 10x Trading. Dadurch bekommst du Zugriff zum Premium-Bereich im Discord, wo du jederzeit Anfragen an mich stellen kannst für Aktienanalysen. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage ciao.